Wenn ich du wäre, würde ich die Flasche mit einem Feuerzeug aufmachen, Lul. Nee, die Flasche mit einer anderen Flasche aufzumachen, ist einfacher für mich. Ich glaube, ich werde die Erste sein, die sie in die Hose pisst, wenn sie da runter springt. Junge, nice. Wer reagiert so? Ich bin Mariana. Woher? Koblenz. Koblenz, wie alt? Äh, 16. Tschüss. Okay, gut. Ich bin Regina und komme aus Saupen. Also 1945 ist immer so, das, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall gut.